Künstliche Intelligenz wird in der Medizin immer stärker genutzt. Das bringt Chancen, aber auch ethische Herausforderungen mit sich. KI-basierte Anwendungen können beispielsweise MedizinerInnen helfen, bei Symptomanalysen die richtige Therapie zu wählen. Dafür erfasst das KI-System anhand festgelegter Voreinstellungen die Beschwerden eines Patienten in Form von Daten. Das System analysiert diese Daten und empfiehlt eine Diagnose oder Therapie, die die Ärztin in ihre Entscheidung zur Behandlung einfließen lassen kann. Aber woher weiß die Ärztin, dass das KI-System eine passende Empfehlung gibt? Und warum empfiehlt das System gerade diese Therapie? Die zugrunde liegenden Prozesse muss die Ärztin verstehen, um eine ethisch vertretbare Entscheidung im Sinne des Patienten treffen zu können. KI darf keine Blackbox sein, denn nur wenn KI erklärbar ist, kann die Ärztin beurteilen, ob das System die Daten korrekt interpretiert hat und der Therapievorschlag somit gut begründet ist. Findet die Ärztin anhand erklärbarer Modelle schlüssige Antworten auf ihre Fragen, kann sie die Vorschläge zum Wohle des Patienten in den Behandlungsprozess einbeziehen. So eingesetzt können KI-Anwendungen Ärztinnen und Ärzte sinnvoll im Klinik- und Praxisalltag unterstützen. So eingesetzt können KI-Anwendungen Ärztinnen und Ärzte sinnvoll im Klinik- und Praxisalltag mit dem Klinik- und Praxisalltag im Klinik- und Praxisalltag im Klinik- und Praxisalltag im Klinik- und Praxisalltag im Klinik- und Praxisalltag.